Lieber Herr Amadea, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Einladung und die netten Worte. Mal schauen, ob ich das mit dem Humor hinbekomme. Auf jeden Fall freue ich mich schon mal, dass Sie sich nicht ablenken lassen haben von dem schönen Sonnenschein draußen, sondern hier in einen abgedunkelten Raum gekommen sind und ich hoffe, ich kann Ihnen ein bisschen was erzählen, dass Sie nachher sagen, naja, das war dann doch es wert, vielleicht herzukommen und etwas über das Gehirn zu lernen und sich der Sonne etwas weniger auszusetzen. Auch wenn wir hier in einem abgeschlossenen Raum sitzen, geht es mir darum, Ihnen heute etwas über unsere Weltsicht zu vermitteln und zwar mit der besonderen Perspektive auf die Aufmerksamkeit. Und ich habe hier als Einstiegsbild die vielfältigen Augen in den Hintergrund gestellt, die Sie in der Natur unter den Lebewesen finden, denn die Fähigkeit zu sehen ist keine besondere Fähigkeit des Menschen, aber vielleicht haben wir einige Aspekte davon dann doch relativ hoch und weit entwickelt und davon möchte ich Ihnen heute etwas erzählen. Aber grundsätzlich als Einstieg geht es mir erstmal um die Rolle des Gehirns oder von Nervensystemen. Wenn wir uns vorstellen, dass das Gehirn wie alle anderen unseren Organe ein Produkt der Evolution ist, dann muss es eine Funktion erfüllen. Es muss uns etwas ermöglichen, was wir ohne dieses Organ nicht können, genauso wie das Herz dafür da ist, das Blut durch den Körper zu pumpen oder die Lunge den Sauerstoff zum Gewebe zu bringen. Gibt es natürlich eine Aufgabe von Nervensystemen und deswegen fange ich mit einer etwas theoretischen Folie hier an, aber keine Sorge, es wird dann doch deutlich anschaulicher als hier auf dem ersten Bild. Wenn wir uns ganz theoretisch damit auseinandersetzen, was ist die Aufgabe eines Nervensystems für Organismen, die darüber verfügen, dann hat das etwas damit zu tun, Informationen aus unserer Umwelt aufzunehmen. Diese Information brauchen wir, um in der Umwelt zu überleben. Wir nutzen das, um zu handeln. Wir wählen nämlich aufgrund der Information über unsere Umwelt zwischen verschiedenen Handlungsoptionen. Wenn Sie wissen, dass da drüben eine Tür ist und Sie mal schnell verschwinden müssen, dann hilft es Ihnen natürlich, diese Information zu haben und Sie können dann eine entsprechende Handlungsoption wählen, die Sie bei einer geschlossenen Wand ohne Tür nicht hätten. Das heißt, Sie wählen dann aufgrund der Information eine aus vielen Möglichkeiten aus und wenn Sie das dazu nutzen, sich in der Umwelt zu bewegen, dann verändert sich natürlich Ihre aktuelle Umwelt und neue Informationen kommen dazu und Sie bekommen neue Handlungsoptionen, aufgrund derer Sie dann handeln können. Der entscheidende Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, ist, dass, um Informationen über die Umwelt aufzunehmen, wir natürlich Sensoren brauchen. Wir brauchen spezialisierte Organe, um Informationen aus der Umwelt in das Nervensystem reinzubringen und diese Information wird dann als eine Repräsentation der Umwelt in unserem System kodiert. Es wird ein Thema dessen sein, was ich Ihnen gleich erzählen werde, über diese Repräsentation zu sprechen, also unser inneres Bild der äußeren Umwelt. Das heißt, wenn wir ganz vereinfacht uns dieses System hier angucken, dann reden wir eigentlich von so etwas wie einem Abbildungssystem. Das kennen Sie alle, ein so ein Abbildungssystem steht da, das ist die Kamera, die hier mitfilmt, die macht natürlich auch Informationen, verwandelt Informationen aus der Umwelt in eine innere Repräsentation in Form des Kamerachips, der dahinter steht. Und diese Übertragung von externer in interne Information ist keineswegs eine Erfindung der Neurowissenschaften. Deswegen habe ich Ihnen hier ein Gemälde von Margrit mitgebracht, der das finde ich sehr schön auf die Spitze treibt, diesen Abbildungscharakter. Ich weiß nicht, wie gut man das von hinten sehen kann, aber Sie sehen hier die Leinwand des Künstlers vor dem offenen Fenster und was der Künstler auf der Leinwand abbildet, ist die Umwelt, die sich dort befindet. Also mehr oder weniger eine Art 1 zu 1 Übertragung der physikalischen Umwelt auf die Leinwand. Also Wahrnehmung als Abbildungsprozess. Und deswegen möchte ich einsteigen heute mit der Hypothese, die sicherlich sehr naheliegend ist, dass unser visuelles System, also unsere Sehfähigkeit dazu dient, uns ein möglichst korrektes und vollständiges Bild der Umwelt zu liefern. Denn wenn die Abbildung, die wir bilden im Innern, nicht mit der äußeren Umwelt übereinstimmt, denken Sie an das Beispiel mit der Tür. Wenn Sie glauben, da sei eine Tür, aber da ist keine Tür, dann hat das evolutionäre Konsequenzen. Sie verletzen sich und können im Zweifelsfall nicht schnell aus dem Raum verschwinden. Also macht es aus der Sicht der Evolution Sinn, dass die interne Repräsentation möglichst ein korrektes und vollständiges Bild der Umwelt liefert. Um das Bild möglichst korrekt und vollständig zu machen, brauchen wir Sensoren im Sinne des Schemas, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Und wenn die Evolution genug Zeit hat, dann können diese Sensoren äußerst leistungsfähig sein. Denn letztendlich brauchen leistungsfähige Nervensysteme leistungsfähige Sensoren. Ich kann Ihnen jetzt sagen, dass unsere Sensoren sehr leistungsfähig sind, aber ich finde es schöner, Ihnen das an einem Beispiel zu verdeutlichen. Und deswegen steige ich ein mit einem Beispiel, das gar nicht aus dem visuellen System stammt, auch wenn ich es Ihnen über Ihr visuelles System präsentiere, sondern aus einem anderen Sinnesystem. Und zwar habe ich Ihnen eine kleine Videosequenz mitgebracht, wo Sie quasi Evolution in Aktion sehen. Also die Bedingungen, unter denen diese leistungsfähigen Sensoren entstehen, sind natürlich Bedingungen, wo das Überleben des Organismus davon profitiert oder geholfen wird, wenn die Sensoren leistungsfähig sind. Also was wir hier sehen, ist ein Rotfuchs in einem amerikanischen Nationalpark, tiefer Schneid im Winter. Und der evolutionäre Druck, der auf dem Tier lastet, ist natürlich der Wunsch zu überleben in einer Umwelt, die nicht viel zu bieten hat. Und der Hunger ist heftig. Und irgendwie muss es dem Tier gelingen, in dieser Schnee- und Eiswüste zu überleben. Und alles, was er hat, sind seine Sensoren. So, und wenn Sie gleich mal genau hingucken, wenn er wieder hochkommt, dann ist das Mittagessen in seiner Schnauze. Das heißt, es ist ihm gelungen, nur aufgrund seines Hörsystems unter der Schneedecke dieses kleine Nagetier so gut zu lokalisieren, dass es mit einem Sprung genau da landet. Denn die Maus wird natürlich nicht da sitzen und warten, dass er nochmal probiert, wenn er nicht genau getroffen hat. Da gibt es natürlich auch ein Wettrüsten zwischen den beiden. Aber Sie sehen hier ein hochentwickeltes sensorisches System, das es dem Rotfuchs erlaubt, in dieser Umwelt zu überleben. Wir bewegen uns normalerweise nicht auf diese Weise durch den Schnee und suchen unter der Schneedecke nach Nahrungsmitteln. Aber unser akustisches oder auditorisches System ist auch sehr hoch ausgeprägt. Aber ich möchte eigentlich heute über das visuelle System sprechen. Und wenn Sie darüber nachdenken, wie kann ich denn die Qualität eines visuellen Systems messen, dann würden wir oft an den Begriff der Auflösung denken. Also Auflösung heißt, wie kleine Details kann ich denn in meiner visuellen Umwelt noch wahrnehmen. Und das ist ein Begriff, der auch in der Technik sehr verbreitet sind. Alle von Ihnen, die in den letzten zehn Jahren ein Fotoapparat gekauft haben, werden sich einen digitalen Fotoapparat gekauft haben. Und da wird Ihnen der Verkäufer, die Verkäuferin etwas über Auflösung erzählt haben. Da wird Ihnen nämlich gesagt haben, drei Megapixel, vier Megapixel, zehn Megapixel. Also eine Beschreibung der technischen Auflösung einer solchen Kamera. Wie viele Bildpunkte befinden sich auf dem Äquivalent eines Films in der Kamera? So sieht das dann aus. Das wäre hier ein typischer Chip aus einer modernen Digitalkamera. Sie können das hier gar nicht sehen, aber lauter einzelne Punkte hier bilden dann gemeinsam das Bild. Jeder von diesen Pixeln nimmt ein kleines Detail aus der Umwelt auf und das wird systematisch über die Bildfläche verteilt und so entsteht ein Abbild unserer Umwelt. Jetzt haben wir keinen Digitalchip im Auto, sage ich schon, im Auge, aber wir haben etwas ganz ähnliches, nämlich unsere Netzhaut. Und unsere Netzhaut hier in der Aufsicht ist aufgebaut aus lauter kleinen Fotorezeptoren, also einzelnen Zellen, die jeweils ganz ähnlich wie der Chip in der digitalen Kamera einen kleinen Ausschnitt aus der Umwelt verarbeiten in Bezug auf Helligkeit und Farbe. Und hier sehen Sie die dicht gepackt an einer Aufsicht der menschlichen Netzhaut. Und jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, wer ist denn jetzt besser? Die Kamera oder das Auge? Also moderne Kameras, so aus den letzten Jahren, da kommen sie in die Größenordnung von etwa 10 Megapixeln, also 10 Millionen Bildpunkte, die da abgebildet werden. Wir sind nicht schlecht, wir kommen auf etwa 120 Millionen, also 120 Megapixel pro Auge. Wir verfügen also über eine etwa 10 mal höhere Dichte an Fotorezeptoren in unserem Auge als eine typische moderne Kamera. Das ist ein hochauflösendes System. Wir sind also aufgrund unserer Evolution hervorragend dafür ausgerichtet, auch noch feine Details in unserer Umwelt verarbeiten zu können. Aber das ist nicht die einzige Fähigkeit, die unser visuelles System hat. Auflösung ist toll, schöne kleine Details. Wir wollen aber auch wissen, ob unser System denn empfindlich ist, also unter Bedingungen mit wenig Licht noch operieren kann. Dafür sind wir vielleicht nicht das perfekte Beispiel. Ich zeige Ihnen stattdessen mal hier ein Mausmarki. Und die Kenner unter Ihnen wissen, woran man nachtaktive Tiere erkennt, nämlich an der Größe der Augen. Denn wie ein Trichter sammelt natürlich ein großes Auge mehr von dem wenigen Licht und ist damit hervorragend geeignet, unter geringen Lichtbedingungen noch überleben zu können. Und auch hier, genau wie bei dem Rotfuchs, steht natürlich eine Evolution dahinter, einen Druck, dieses System möglichst weit zu entwickeln. Weit zu entwickeln für Lichtempfindlichkeit heißt, das Auge möglichst groß zu machen. Jetzt ist das irgendwo eingeschränkt, denn Sie können natürlich das Auge nicht beliebig relativ zum Kopf vergrößern. Aber der Mausmarki, wenn Sie sich das hier in der Präparation angucken, hat das schon ganz schön auf die Spitze getrieben. Das ist das Auge, das ist das Gehirn. Das hieße für uns, wir würden mit solchen Augen durch die Landschaft laufen, um eben möglichst viel Licht zu sammeln. Also hier ein typisches Beispiel dafür, dass die Evolution vielleicht gesagt hat, naja, Hauptsache ich sehe irgendwas, ich kann es vielleicht nicht verarbeiten, aber wenigstens habe ich ein großes Auge, um das alles einzufangen. Also auch da ein Beispiel für Hochentwicklung, für Empfindlichkeit im visuellen System. Der dritte Bereich, den man sich vielleicht am wenigsten klar macht, der aber einen ganz wesentlichen Anteil daran spielt, dass wir enorm flexibel darin sind, in welcher Umwelt wir uns bewegen, das ist der sogenannte dynamische Bereich. Der dynamische Bereich beschreibt die Spannbreite von Reizen, über die ein System funktioniert. Für das visuelle System beschreibt man damit normalerweise die Helligkeitsstufen. Also, was ist die niedrigste Helligkeit, was ist die höchste Helligkeit, in der das System noch vernünftig funktioniert? Sie wissen alle, wir können uns bei Mondschein oder bei Dämmerung durch unsere Umwelt bewegen, wir können aber auch auf einem schneebedeckten Gletscher einen Spaziergang machen oder Skifahren. Dass hier mehr Licht als da ist, ist, denke ich, uns allen klar. Aber ich gebe Ihnen mal drei Sekunden Zeit, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie stark ist denn der Unterschied zwischen den Helligkeiten in diesen beiden Situationen? Ist das zweimal so viel, zehnmal so viel, hundertmal so viel? Es geht nicht darum, eine richtige Antwort zu finden, sondern gefühlsmäßig, wer will denn mal eine gefühlte Schätzung abgeben für den Helligkeitsunterschied zwischen so zwei typischen Alltagssituationen? 2.000, okay, eine Million, eine Million? 1.000, also ich schätze auch immer 1.000, ich finde 1.000, das kann man sich gerade noch vorstellen, vielleicht zwischen den beiden Bedingungen, aber der Zwischenrufer war schon sehr nah dran, irgendwo zwischen einer und 10 Millionen Mal Unterschied in der Helligkeit zwischen diesen beiden Situationen. Das ist kaum vorstellbar, da können wir vielleicht nachher in der Fragerunde darauf eingehen, wie das kommt, dass wir das so schlecht abschätzen können, aber mir ist erst mal wichtig, Ihnen klarzumachen, dass es eine enorme Herausforderung für ein technisches System ist, über so eine Bandbreite von Signal in beiden Situationen noch gut arbeiten zu können. Und das geht ja noch weiter, Sie wollen diese Information auch verarbeiten, ich habe Ihnen noch einen Videoclip mitgebracht, das ist ein Gibbon, der sich hier durch seine natürliche Umwelt bewegt, und da muss nicht nur eine hohe Präzision dahinter sein, sondern auch noch schnell. Gleich sehen Sie ihn in Zeitlupe von Ast zu Ast schwingen, da ist er. Sie können sich ja mal überlegen, wie viel Fehler darf man denn machen, wenn man in 10 Meter Höhe den ganzen lieben langen Tag lang sich von Baum zu Baum schwingt. Wir sagen ja technisch, also ein Fehler in tausend, das kann ja schon mal passieren. Das würde dazu führen, dass dieser Gibbon keine Nachkommen hat und sich nicht fortpflanzt, während sein Kollege, der die Fehlerrate noch weiter runtergedrückt hat, dann überlebt. Also eine enorme Herausforderung hier, während des Fluges zu sehen, wie bewegt sich der Ast im Wind, bin ich noch in der richtigen Flugbahn, muss ich mich noch mal anpassen, und zwar alles in hoher Geschwindigkeit und mit höchster Präzision. Jetzt schwingen wir uns als Menschen nicht von Baum zu Baum, auch wenn das unsere direkten Vorfahren vielleicht gemacht haben, aber schnell durch unsere Umwelt bewegen, das tun wir auch, oder? Deswegen, dank des Internets, habe ich Ihnen einen kleinen Videoclip mitgebracht, so wie gut man das von hinten sehen kann. Also, wir haben hochentwickelte visuelle Systeme, aber vielleicht benutzt nicht jeder von uns sie sinnvoll im Alltag. Worauf ich aber mit diesen Beispielen eigentlich hinaus will, ist, dass das Ergebnis der Evolution, die wir und ähnlich hochentwickelte Tiere durchlaufen haben, wirklich ein Hochleistungssystem erzeugt hat. Wir haben hohe Auflösung, wir haben enorme Präzision im Detail, wir können unter ganz verschiedenen visuellen Helligkeitsbedingungen uns zurechtfinden. Das alles haben wir in einem System zusammengepackt und das passt natürlich hervorragend zu meiner Eingangshypothese, dass es genau die Aufgabe dieses visuellen Systems ist, uns ein möglichst korrektes Bild unserer Umwelt zu liefern. Aber ist das wirklich so? Sie kennen alle Illusionen, die man in jeder Zeitschrift oder in jedem Magazin finden kann. Ich habe Ihnen mal eine als Beispiel mitgebracht. Wenn ich jetzt rede, sollten Sie auf das Kreuz da in der Mitte schauen und die Bewegung, die da abläuft, wird immer mal wieder durch ein Foto ersetzt und dann geht die Bewegung wieder los. Und wenn wir das eine Weile machen und Sie immer schön in die Mitte von diesem Bild gucken, dann werden Sie sehen, dass dieser Buddha sich komischerweise irgendwie zu verändern scheint. Sie können auch mal Ihrem Nachbarn ins Gesicht schauen, das funktioniert auch. Also was ich sehe, ist, dass dieser Buddha sich breiter, dass er breiter wird, immer wenn er auftaucht, so ein bisschen so eine Ausdehnung hat. Sie können mir glauben, das ist kein Photoshop-Effekt. Dieses Bild ist natürlich ein ganz normales stationäres Bild, aber mit diesen zwischengelegten Bewegungen habe ich Ihr visuelles System verändert. Sie sehen jetzt Bewegungen, wo vorher gar keine Bewegung war. Quasi als Gegenbewegung zu dieser Kontraktion sehen Sie eine Expansion. Das ist nicht gerade ein Zeichen eines Hochqualitätssystems, wenn Sie noch nicht mal ein stationäres Bild als stationäres Bild sehen. Also die Vorstellung, dass alles korrekt ist in unserer Wahrnehmung, sollten wir vielleicht doch ein bisschen einschränken. Und ich will das noch an einem anderen Beispiel, was ein bisschen anspruchsvoller ist, verdeutlichen, wie weit das System da geht. Keine Sorge, der Effekt geht nach einer Weile vorbei. Sie brauchen sich nachher keine Sorgen zu machen, dass eine kleine Tür auf einmal wie eine große Tür aussieht. Hier bewegt sich nichts. Sie sehen einfach einen Zylinder auf einem Schachbrettmuster und hier ein grauer Kreis. Worum es mir geht, ist eine ganz einfache Fähigkeit unseres Systems, nämlich Helligkeiten unterscheiden zu können. Sie können selbstverständlich sehen, dass dieses Schachbrettmuster aus hellgrauen und dunkelgrauen Feldern aufgebaut ist, die hier schön regelmäßig über die Ebene platziert sind. Und hellgrau und dunkelgrau unterscheiden sich natürlich in der Lichtmenge, die zu Ihnen kommt. Ein hellgraues Feld sendet mehr Licht aus, ein dunkelgraues weniger. Das ist, glaube ich, keine Überraschung, dass es diesen Zusammenhang gibt. Also heißt das, dass wir hier Felder haben, von denen eine bestimmte geringe Lichtmenge zu Ihnen kommt und Felder haben, von denen zu Ihnen eine höhere Lichtmenge kommt. Und um das zu quantifizieren, habe ich quasi hier diesen Referenzpunkt. Den kann ich nämlich jetzt hin und her schieben. Das ist das dunkelgrau. Und wenn ich das auf das Schachbrettmuster lege, dann sehen Sie natürlich dunkler als das helle Grau und ziemlich gleich wie das dunkle Grau. Das ist die Referenz, die ich habe. Und jetzt benutze ich diesen Punkt, um verschiedene Bereiche des Bildes mal auszuprobieren. Da sieht das alles noch normal aus. Dunkler Kreis auf hellem Untergrund. So, hier ist das auf einmal schon anders. Jetzt gibt es kaum noch einen Unterschied, obwohl das doch eigentlich der dunkle Kreis war. Und ich habe jetzt nichts verändert. Das sind keine Tricks, die ich hier mache. Was ich Ihnen damit zeigen möchte, ist, dass die Helligkeit dieses Quadrates genau der Helligkeit dieses Quadrates entspricht. Denn der Unterschied hier, das war genauso wie eben auf dem Feld. Ich sehe ein paar ungläubige Gesichter, die denken, ich habe jetzt irgendwelche Tricks gemacht. Habe ich nicht. Das ist tatsächlich so, dass die Helligkeit von diesem Feld und diesem Feld identisch sind. Sagen Sie, aber das sieht doch ganz anders aus. Das eine ist ein dunkelgrau und das andere ist ein hellgrau. Ihre interne Repräsentation hat einen Fehler gemacht. Sie haben das als unterschiedliche Graustufen wahrgenommen. In Wirklichkeit ist das die gleiche physikalische Helligkeit. Nicht so gut für Ihr visuelles System, wenn Sie noch nicht mal Graustufen unterscheiden können. Glücklicherweise gibt es hier eine Erklärung dahinter, zumindest eine Erklärung, die im evolutionären Sinne Sinn macht. Machen Sie sich klar, dass dieser Bereich des Schachbrettfeldes im Schatten liegt. Bereiche, die im Schatten liegen, können natürlich nur weniger Licht zu Ihnen zurückwerfen, denn Sie bekommen ja weniger Licht, das Sie reflektieren können. Das heißt, es geht gar nicht darum, wie viel Licht zu Ihnen kommt, sondern welcher Anteil des Lichtes zu Ihnen zurückreflektiert wird. Das heißt, hellgrau und dunkelgrau sind keine bestimmten Lichtmengen, sondern hellgrau sind Flächen, die viel von dem Licht, das auf Sie fällt, reflektieren und dunkelgrau sind Flächen, die wenig reflektieren. Woher wissen Sie, wie viel eine Fläche reflektiert? Sie können ja nur die Helligkeit messen, die da kommt. Wenn Sie genug Möglichkeiten haben, sich im Raum zu orientieren, dann können Sie feststellen, aha, hier ist ein Schatten, da erwarte ich weniger Licht, das benutze ich als Referenz, das kann ich berücksichtigen und kann die Reflektionseigenschaften mir herausrechnen. Das ist physikalisch ganz schön anspruchsvoll, aber Sie brauchen kein Physikstudium, Ihr visuelles System leistet das für Sie. Sie können das noch nicht mal ausschalten, das funktioniert einfach, weil es quasi fest verdrahtete Physik in unserem Gehirn ist. Unser visuelles System ist so aufgebaut, dass es uns automatisch diese Berechnung liefert. Aber korrekt im physikalischen Sinne ist das nicht, sondern es ist der Versuch, die Zufälligkeiten unserer Umwelt, wo halt gerade Schatten sind, zu korrigieren, um letztendlich zu verstehen, wie sind denn die Objekte strukturiert, die sich in meiner Umwelt befinden. Das ist eigentlich auch gut, weil wenn ich Sie zum Beispiel anschaue, Sie tragen ein weißes Hemd, wenn wir jetzt den Raum abdunkeln würden, dann will ich ja nicht, dass ich denke, Sie haben jetzt ein graues oder ein schwarzes Hemd an, oder wenn ich den Raum heller mache, dass Ihr Hemd auf einmal noch weißer wird. Dafür wollen wir ja gerade korrigieren, dass wir die gleichen Objekte unter unterschiedlichen Helligkeitsbedingungen auch gleich wahrnehmen. Aber was steht hinter diesem System? Wie gelingt es dem visuellen System einerseits Hochleistung zu erbringen und außerdem noch diese Korrekturen zu übernehmen? Die Anatomie der visuellen Informationsverarbeitung ist relativ gut verstanden. Wenn wir jetzt wissen wollen, welche Teile dieser großen Rinde beschäftigen sich denn mit visuellen Informationen, dann haben wir das Problem, dass das Gehirn so gefaltet ist. Glücklicherweise gibt es heute computertomografische Techniken, die ein Modell bauen können. Im Computer können Sie dieses Modell aufblähen, Sie können es flach werden lassen und jetzt sehen Sie sozusagen diese ganze reingeknüllte Gehirnoberfläche als eine Fläche liegen und können sich jetzt anschauen, welche Bereiche dieses Gehirns haben denn welche Funktionen. Wie sieht das dann aus? Ich zeige Ihnen das mal. Hier sehen Sie eine Zeichnung. Das ist diese aufgefaltete Gehirnoberfläche, in diesem Fall von einem Rhesusaffen, nicht von einem Menschen, aber die Unterschiede sind überraschend gering. Alles, was Sie hier farblich markiert sehen, sind Areale, die visuelle Information verarbeiten. Wenn Sie das so Pi mal Daumen abschätzen, ist das fast die Hälfte der Großhirnrinde. Das heißt, ein Rhesusaffe verbraucht fast die Hälfte seiner Gehirnfunktion nur für ein Sinnessystem. Das Hören muss woanders sein, das Fühlen muss woanders sein, die Motorik, die Erinnerung, die Entscheidungsfähigkeit, alle diese Funktionen teilen sich hier die weißlichen Bereiche. Das visuelle System ist für uns ein enorm dominanter Sinn. Beim Menschen geht man davon aus, dass es immer noch ein Drittel der Großhirnrinde ist, die wir dem Sehen widmen. Eine enorm anspruchsvolle Tätigkeit, wie sich daran zeigt, wie viel Kapazität wir dafür brauchen. Also der größte Teil der Verarbeitungskapazität der Großhirnrinde geht in das visuelle System. Die markierten Areale hier sind eigenständige Verarbeitungseinheiten. Und wenn Sie sich das wissenschaftlich anschauen, dann sieht das aus wie so eine U-Bahn-Karte. Diese Areale sind alle miteinander in einer bestimmten Art und Weise verknüpft. Mir geht es hier nicht um die Details dieser Karte, sondern darum, dass Information durch dieses System wie so eine Art Kaskade durchfließt. Hier geht es rein. Das ist der primäre visuelle Kortex, den ich Ihnen eben am Hinterhauptslappen gezeigt habe. Und dann fließt die Information mehr oder weniger entlang dieser beiden Richtungen und wird dabei immer feiner verarbeitet. Aber was da genau passiert, können Sie der Anatomie natürlich nicht ansehen. Dazu müssen Sie in die Physiologie einsteigen. Was passiert in diesen Arealen mit der visuellen Information, mit der internen Repräsentation? Wir brauchen also die Erfassung der Aktivität einzelner Nervenzellen. Das wird üblicherweise in Rhesusaffen gemacht, weil die ein uns sehr ähnliches visuelles System und eine ganz ähnlich aufgebaute Großhirnrinde haben. Es geht also darum, herauszufinden, wie wird in der Aktivität einzelner Nervenzellen Information über unsere Umwelt kodiert, also repräsentiert. Das kann man eigentlich nur zeigen in einer Zeichnung. Hier sehen Sie eine Mikroelektrode. Hier sehen Sie gezeichnet Nervenzellen, wie sie typischerweise in der Großhirnrinde aussehen. Das Ganze befindet sich natürlich auf einer winzigen Skala. Hier zur Erläuterung ein Haar als Größenvergleich. Wir bewegen uns also unterhalb der Größe des Durchmessers eines menschlichen Haars. Worum geht es? Es geht darum, während das visuelle System Informationen verarbeitet, herauszufinden, was da genau passiert. Und das sind eben diese Messungen, von denen ich da eben erzählt habe, aus der Großhirnrinde von Rhesusaffen. Ich zeige Ihnen das bei mir aus der Abteilung. Hier sehen Sie einen Rhesusaffen. Die machen Aufgaben auf einem Computerbildschirm. Das heißt, sie werden trainiert, letztendlich ein Videospiel zu spielen. Da wird er gerade vor einen Computerbildschirm gesetzt. Und lernen dann, das dauert natürlich, also üblicherweise dauert so ein Training mehrere Monate, weil was ich Ihnen in zwei Minuten erklären kann, das geht natürlich beim Rhesusaffen nicht. Der verfügt nicht über diese Sprachfähigkeiten. Da muss man das genauso, wie Sie das einem Hund beibringen oder einem anderen Tier schrittweise den Tieren beibringen. Wenn die Tiere dann eine Aufgabe können, dann können Sie diese Messung machen. Die sind für die Tiere schmerzfrei, weil der Rhesusaffe, genau wie wir, im Gehirn über keinerlei Schmerzrezeptoren verfügt. Hier sehen Sie ihn. Da gibt es dann einen Taster, mit dem man mit dem Computer interagiert. Das ist so ein Belohnungsröhrchen. Da kriegt er eine Belohnung, wenn er was richtig macht. Hier sehen Sie ihn über die Schulter. Sie können ganz verschiedene Muster, je nachdem, was die Fragestellung ist, da auf dem Computerbildschirm präsentieren. Das sind natürlich keine komplizierten Texte, sondern relativ einfache Sachen. Aber Sie können damit systematisch bestimmte Reize präsentieren und dann die Aktivität von Nervenzellen in Reaktion auf die Verarbeitung dieser Reize sich anschauen. Das wird natürlich alles heutzutage per Computer aufgenommen. Hier sehen Sie, was bei dem Tier auf dem Bildschirm passiert. Da können Sie verschiedene Bewegungsreize zeigen. Und hier sehen Sie sogenannte Aktionspotenzial. und Sie hören die auch. Das ist das Knacken. Das ist die elektrische Aktivität aus der Großhirnrinne. Das passiert bei Ihnen allen zurzeit. Wir hören das nur nicht, weil es elektrische Aktivität ist. Aber wenn wir das messen würden, dann würde sich das ganz genauso bei uns anhören, wie sich das beim Rhesusaffen anhört. Und dann können wir versuchen herauszufinden, wie denn so eine Nervenzelle diese Information kodiert. Und was da passiert ist, ist, dass jede Nervenzelle einen kleinen Beitrag zur Gesamtwahrnehmung leistet. Ich nenne das gerne einen periskopartigen Ausschnitt der Umgebung. Wenn Sie Ihre Augen offen haben, sehen Sie hier den ganzen Raum. Stellen Sie sich vor, Sie gucken nur durch ein ganz kleines Löchlein in einem Stück Papier. Das wäre die Perspektive einer einzelnen Nervenzelle. Jede Nervenzelle sieht einen winzigen Ausschnitt, so ein bisschen wie der Pixel bei der Digitalkamera. Und aus der Summe dieser kleinen einzelnen Bildchen können Sie dann eine Gesamtwahrnehmung zusammensetzen. Die Idee dahinter, die kennen Sie. Die ist nämlich hier bei den Insektenaugen auf eine andere Weise umgesetzt. Da gibt es tatsächlich ganz viele kleine Augen, die dann in der Gesamtheit dieses Facettenauge bildet. Wir haben das nicht so, aber unsere Nervenzellen machen das genauso. Und es ist wirklich so, wie das hier die Zeichnung von dem Periskop andeutet. Und die einzelne Nervenzelle sieht dann nur einen kleinen Ausschnitt der Umwelt, die gerade um sie herum ist. Aber in der Summe decken die Nervenzellen dann alles ab. Was machen denn diese Nervenzellen, wenn jetzt in ihrem periskopartigen Ausschnitt, also in diesem rezeptiven Feld, ein visueller Reiz erscheint? Wie reagieren die da drauf? Ich möchte Ihnen an einem Beispiel erläutern. Was Sie hier sehen, ist einmal eine Datendarstellung, und da kommt gleich was. Und Sie sehen hier ein Beispiel eines Reizes auf einem Computerbildschirm vor einem Tier. So, die Muster werden sich gleich bewegen. Das Tier achtet hier auf das weiße Quadrat in der Mitte. Und dieser gestrichelte Kreis, das wäre dieser periskopartige Ausschnitt, das sogenannte rezeptive Feld. Und da können wir jetzt verschiedene Bewegungsreize präsentieren. Jeder dieser Knacklaute ist ein Aktionspotenzial dieser Beispielzelle. Und das wird dann hier aufgetragen, die Häufigkeit dieser Knacklaute als Funktion der Richtung. Und da merken Sie schon, es gibt Richtungen, da reagiert die Zelle kaum. Und es gibt Richtungen, da reagiert die Zelle deutlich stärker. Das heißt, diese Zelle reagiert nicht einfach auf jeden Reiz, sondern sie reagiert auf eine bestimmte Bewegungsrichtung. Die ist also in der Lage, dem Gesamtorganismus mitzuteilen. Im rezeptiven Feld bewegt sich gerade etwas in eine bestimmte Richtung. Allein durch die Häufigkeit dieser elektrischen Signale, die die Zelle aussendet. Und das nennt man dann eine Tuningkurve. Das heißt, diese Zelle wirkt wie ein Filter. Sie lässt bestimmte Richtungen durch, im Sinne von einer starken Aktivierung. Und andere Richtungen lösen kaum oder nur eine ganz schwache Aktivierung aus. Das wäre also ein Beispiel für eine Nervenzelle, die auf Bewegungsrichtung reagiert. Und in dem Sinne ist das Gehirn spezialisiert. Das heißt, wir haben Bereiche, hier sehen Sie jetzt mal so eine computertomografische Aufnahme und die gelb angefärbten Bereiche, wären Bereiche in der menschlichen Großhirnrinde, die besonders viele von diesen Zellen enthalten, die auf Bewegung reagieren. Also wenn ich jetzt hier hin und her laufe, dann wären diese Areale in ihrer Großhirnrinde besonders aktiv. Wenn ich dagegen jetzt bunte Bilder hier zeigen würde, dann wären Areale aktiviert, die besonders auf Farbe reagieren. Oder wenn ich meine Form ständig ändere, dann wären es wieder andere Areale. Also die verschiedenen Areale sind dann jeweils auf Aspekte des Reizes spezialisiert. Hier sehen Sie das quasi nochmal in der Nahaufnahme und diese hellen Flecken passen dann auch gut zu den einzelnen Arealen, die Sie vorhin in der Übersichtskarte gesehen haben. Ich nenne das dann hier mal klassisch Divide et Impera, Teile und Herrsche. Ganz vereinfacht können Sie sich das so vorstellen, die Gesamtinformation läuft hier hinten in der Großhirnrinde ein von den Augen und wird jetzt über zwei sogenannte Bahnen, Verarbeitungsbahnen weitergereicht. Und diese beiden Bahnen unterscheiden sich in ihrer Spezialisierung. Die eine Bahn interessiert sich vor allem für die Form und die Farbe, also die Identität. Was ist das Objekt, was da gerade verarbeitet wird? Also Kreis, Rechte, Quadrat und so weiter. Und die andere interessiert sich vor allem für die räumliche Struktur unserer Umwelt, also wo befinden sich Objekte relativ zueinander und wie bewegen sie sich? Und so sind diese beiden Verarbeitungspfade spezialisiert. Und in jedem dieser Verarbeitungspfade haben Sie Nervenzellen, die dann Ihren kleinen Ausschnitt aus der Wirklichkeit repräsentieren. Vielleicht können Sie sich das so vorstellen, das ist immer das Bild einer Zelle, die sieht ein bisschen was von dem Gesamtbild, da sieht man natürlich nicht viel, was hier los ist, sondern Sie brauchen ganz viele von den Zellen, die wie ein Mosaik ihr visuelles Feld abdecken und wenn Sie genug davon haben, dann sehen Sie die gesamte Szene als zusammengesetztes Mosaik einzelner kleiner Ausschnitte. Das hier in Anführungsstrichen ist die echte Umwelt. Ich habe jetzt gesagt, Zellen sind spezialisiert auf bestimmte Aspekte, wenn wir also beispielsweise über Zellen reden, die reagieren, wenn sich Reize bewegen, das ist jetzt ein stationäres Bild, aber Sie können sich glaube ich vorstellen, dass bestimmte Bereiche dieses Bildes in Bewegung sind und andere nicht. Also das Auto ist hoffentlich nicht in Bewegung, der Boden hoffentlich auch nicht, aber hier die Passanten bewegen sich durch ihr Bildfeld und in einem Areal, was spezialisiert ist auf Bewegung, würde dann das dazu führen, dass die Repräsentation dieser bewegten Teile ihres Umfeldes viel besser ist. Die Zellen reagieren auf die Bewegung, aber hier hinten zum Beispiel das Haus, was da ruhig vor sich hin steht, würde diese Zellen nicht aktivieren. Es wäre also schlecht repräsentiert. Wir bekommen also eine selektive Repräsentation unserer Umwelt, je nachdem, wofür so ein Areal spezialisiert ist. Das sind jetzt einige Details über die Physiologie, aber wir haben ja immer noch nicht die Frage beantwortet, die ich am Anfang gestellt habe, wenn die Wahrnehmung nicht 100% korrekt ist, dann sollte sie zumindest vollständig sein. Also ich laufe ja nicht durch die Welt mit blinden Flecken, so wie früher auf der Landkarte, sondern wenn ich mich hier umschaue, habe ich eine komplette Repräsentation meiner Umwelt. Natürlich nicht hinter mir, aber da schaue ich ja gerade nicht hin, aber ich denke, es geht Ihnen allen so, dass Sie alles sehen, was gerade passiert. Und das ist sicherlich die Introspektion, die wir haben, dass wir eine vollständige Repräsentation unserer Welt haben. Das ist aber ein bisschen schwierig. Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt nicht wissen, was sich hier drüben befindet. Und ich würde Sie fragen, wissen Sie, was sich da drüben befindet? In dem Moment, wo ich Ihnen diese Frage stelle, werden Sie da hinschauen und das sehen und dann können Sie mir das sagen. Ich müsste Sie also irgendwie austricksen und Sie etwas fragen über etwas in Ihrem visuellen Umfeld, bevor Sie die Chance haben, noch mal nachzugucken. Und weil das so schwierig ist, hat das ein bisschen gedauert, bis jemand ein gutes Experiment dazu eingefallen ist, aber ich will Ihnen ein Beispiel liefern. Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen das auch schon mal gesehen. Das ist ein ziemlich berühmtes Experiment inzwischen. Wir schauen hier aus der Vogelperspektive, also als Wissenschaftler quasi, auf ein Experiment. Zu einem Experiment gehört ein Experimentator oder eine Experimentatorin und ein Proband, also eine Versuchsperson. Das hier ist der Experimentator, das ist die Versuchsperson. Die weiß von ihrem Glück nichts, außer, dass sie hier, das ist auf einem amerikanischen Campus, von einem Passanten angesprochen wird, der hat eine Karte vom Campus in der Hand und fragt nach dem Weg. Alltagssituation. So, und jetzt geht es darum, das visuelle System dieses Herren daraufhin zu überprüfen, ob es eine vollständige Repräsentation seiner Umwelt hat. Und ich verrate Ihnen gar nicht, wie das gemacht wird, Sie sehen das nämlich gleich selber. Wir haben nämlich den Vorteil der Vogelperspektive. Also, die beiden unterhalten sich, er hat seine 120 Millionen Fotorezeptoren dabei, jede Menge Informationen zu sammeln. Seine halbe Großhirnrinde macht nichts anderes, als visuelle Informationen zu verarbeiten. Es gibt also keinen Grund, hier irgendwelche Probleme zu haben. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Mit diesem hochleistungsvisuellen System war er nicht in der Lage zu bemerken, dass er auf einmal einem anderen Fremden gegenübersteht. Und Sie können diesen Versuch wiederholen, der funktioniert auch ohne graue Haare. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Wir können nachher in der Fragerunde gerne über die Details sprechen. Aber die Nachricht, die ich Ihnen damit vermitteln will, ist, wenn Sie geschickt genug herausfinden, was wir von unserer Umwelt wahrnehmen, dann stellt sich heraus, dass wir nur sehr selektiv einzelne Bereiche in hoher Qualität verarbeiten. Und der Rest ist mehr oder weniger eine Art Skelett oder ein Schema. Wenn uns das interessiert, dann schauen wir hin und dann holen wir uns die Informationen, aber eigentlich haben wir sie nicht verarbeitet. Und das können Sie jederzeit an sich selber prüfen, wenn Sie vorhin daran denken, als Sie hier in den Raum gekommen sind, wie viele von den Tischchen waren hoch und runter geklappt, gab es hinten eine Uhr, eine Kamera, wie viele Türe, welche Farben waren an der Wand. Ihre Netzhaut hat das alles verarbeitet. Das sind ja nicht kleine, winzige Details Ihrer Umwelt. Aber ich glaube, die wenigsten von Ihnen werden sich an diese Aspekte erinnern, weil wir das eigentlich nicht im Alltag so in einer Vollständigkeit repräsentieren. Also die Hypothese stimmt nicht. Die Hypothese, die so einleuchtend erschien, dass wir ein visuelles System haben, um ein möglichst korrektes und vollständiges Bild der Umwelt zu liefern, die müssen wir korrigieren. Vielleicht ungefähr so. Das visuelle System dient dazu, dem Organismus überlebensrelevante Daten aus der Umwelt zu liefern. Warum wollen wir unser Gedächtnis damit belasten, sich zu merken, wie viel von den Tischchen waren hier hochgeklappt, als ich reingekommen bin? Das hat keinerlei Relevanz für Sie. Wenn Sie mal sitzen, ist diese Information nicht mehr relevant. Und das geht Ihnen natürlich mit 99 Prozent der Information im Alltag genauso. Wenn Ihnen also ein wildfremder Mensch gegenüber tritt, von dem Sie ausgehen, dass Sie ihn zehn Sekunden später nie wieder sehen werden, dann müssen Sie nicht jedes Detail über das Gesicht dieser Person merken. Wenn es ein Verwandter ist, sieht es völlig anders aus. Dann funktioniert das Experiment aber auch nicht. Dann merken Sie, wenn da plötzlich eine andere Person steht. Das Problem, was wir zu lösen haben, ist nämlich so, dass dieses Hochleistungssystem der Sensoren uns dummerweise viel zu viel Informationen liefert. Viel mehr, als wir selbst mit unserem hochentwickelten Gehirn in einem Moment verarbeiten könnten. Wir müssen also selektiv mit dieser Information umgehen. Auch das ist keine aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnis. Ich habe Ihnen hier ein Bild von William James mitgebracht, ein berühmter amerikanischer Psychologe, der schon 1890 formuliert hat, jeder weiß, was Aufmerksamkeit ist. Es ist die Besitzergreifung des Geistes in klarer und lebendiger Form durch eine von vielen scheinbar gleichzeitig möglichen Objekten oder Gedankengängen. Also diese Auswahl aus der Vielfalt, Fokussierung, Konzentration des Bewusstseins sind seine Essenz, Aufmerksamkeit impliziert die Abwendung von einigen Dingen, um mit anderen effektiver umgehen zu können. Und das kennen Sie. Genauso benutzen wir den Begriff Aufmerksamkeit im Alltag. Wir sagen, pass auf. Warum sagen wir pass auf? Weil es eine bestimmte Information gibt, von der wir wollen, dass unser Gegenüber Sie jetzt auf jeden Fall mitkriegt. Oder im Schulunterricht, wenn der Lehrer oder die Lehrerin genau dasselbe sagt. Dann geht es darum, jetzt kommt etwas Wichtiges, das soll auf jeden Fall verarbeitet werden. Alles andere ist nicht so zentral. Wir kennen diesen Begriff also aus unserem Alltag. Aber was passiert damit? Aufmerksamkeitsprozesse spielen eine ganz zentrale Rolle für uns in ganz unterschiedlichen Bereichen. Sie kennen das in Form von Aufmerksamkeitsdefiziten. Es wird heutzutage viel über das Zappel-Philipp-Syndrom gesprochen, also die Schwierigkeit von Schulkindern, sich zu konzentrieren. Also genau dieses System der selektiven Verarbeitung von Informationen auch sinnvoll einzusetzen. ADHS ist ein Begriff, der da dahinter steht. Aber auch bei ganz vielen neurodegenerativen Erkrankungen gibt es enorme Defizite in der Aufmerksamkeitssteuerung. Wir haben aber auch im Bericht von Wahrnehmungsstörungen Aufmerksamkeitsprobleme bis hin in ganz andere Bereiche. Moment, das ist hier leider untergegangen. Da gehörte noch die Ergonomie dahin. Also wenn wir etwas so entwickeln wollen, dass die Information auf jeden Fall bei dem Betrachter ankommt, dann müssen wir bestimmte Regeln einhalten. Also wenn Sie ein Cockpit bauen wollen, dann muss die relevante Information anders präsentiert werden als das, was nicht so wichtig ist. Und dazu müssen Sie Erfahrungen aus der Aufmerksamkeitsforschung dann auch in der Praxis umsetzen. Aber was heißt denn das jetzt über das, was ich Ihnen über das visuelle System oder die Physiologie des visuellen Systems gesagt habe, wenn da plötzlich dieser Selektionsfaktor eine Rolle spielt? Schauen wir uns das nochmal in einer Alltagssituation an. Also nicht Alltag, dass jeder von Ihnen jetzt Wasserball spielt. Aber ich glaube, Sie können sich vorstellen, worum es hier geht. Sie sehen eine Situation, in der die Wichtigkeit von Informationen ganz ungleichmäßig in diesem Bild verteilt ist. Also für diesen Spieler hier zum Beispiel gibt es bestimmte Bereiche, sagen wir mal hier, die Bewegung dieses Arms oder der Gegner oder Mannschaftskamerad, der da angeschwommen kommt, die von essentieller Bedeutung in dieser Situation ist. Das heißt, Zellen, die Ihre rezeptiven Felder dort haben und dem Organismus von dieser Position Information liefern, die sind gerade besonders wichtig. Während Zellen, die Ihr rezeptives Feld zum Beispiel da oben haben und genau sagen können, ob die Blumen jetzt verwelkt sind oder nicht, das ist vielleicht nicht die Information, die Sie als Spieler in dem Moment verarbeiten wollen mit der gleichen Qualität. Das heißt, wir wollen in der Lage sein, Informationen, die uns zur Verfügung steht, zu nutzen oder nicht zu nutzen beziehungsweise unsere Ressourcen auf das zu konzentrieren, was in einer gegebenen Situation vielleicht gerade besonders wichtig ist. In diesem Beispiel, was ich Ihnen gezeigt habe, war von Wichtigkeit aber keine Rede. Es gab einfach einen Reiz und der Reiz hat eine Reaktion hervorgerufen. Wenn wir testen wollen, ob die Wichtigkeit des Reizes eine Rolle spielt, müssen wir dieses Experiment ein bisschen anders gestalten. Und das geht so, indem Sie das Tier, das hier gerade gemessen wird, nicht nur sagen, bitte achte hier auf diesen Punkt, sondern konzentriere dich auf den einen oder anderen Reiz. Wie das geht, kann ich Ihnen gleich mal erklären, aber folgen Sie mir einfach jetzt mal, dass Sie die Wichtigkeit des Reizes für das Tier verändern können. Wenn also keiner der Reize wichtig ist, dann bekommen Sie diese Aktivierung hier, das hatten wir ja schon gesehen, das wird man ein bisschen schwierig sehen. Gleich kommt ein roter Kreis, der ist hier zu sehen. Das heißt, das Tier achtet jetzt auf diesen Stimulus. Dieser Stimulus liegt aber außerhalb des Rezipitiven Tells. Jetzt ist die Aufmerksamkeit hier und deswegen gibt es auch rote Datenpunkte. Also auf dem Bildschirm hat sich nichts geändert. Die Instruktionen für das Tier haben sich geändert. Die Information, die das Tier hat, hat sich geändert. Und die Antwort der Zelle wird ganz anders. Die Zelle reagiert viel stärker auf einen Reiz, der für das Tier gerade wichtig ist, als für den genau identischen Reiz, wenn er für das Tier gerade nicht wichtig ist. Und das ist im Grunde das, was wir wollen. Wir wollen die Information, die uns bedeutsam ist, die wollen wir stark repräsentiert haben. Das wäre dann die rote Kurve. Und Information, die für uns gerade nicht relevant ist, die soll zwar nicht ganz verschwinden, aber die soll bitte zurücktreten in der Verarbeitung. Und das führt dazu, auch da muss man geschickte Messungen machen, dass wir tatsächlich Reize, auf die wir achten, als stärker empfinden, als Reize, auf die wir nicht achten. Das ist wieder schwierig, weil wenn ich Sie über einen Reiz frage, auf den Sie nicht achten sollen, das können Sie nicht so ohne weiteres. In dem Moment, wo ich Sie frage über den Reiz, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit aus. Aber da gibt es ein paar Tricks, wie man das machen kann. Und das soll das ein bisschen veranschaulichen. Sie haben wahrscheinlich Schwierigkeiten, hier überhaupt ein Streifenmuster zu sehen. Das hier sollte ein bisschen deutlicher sein. Und das ist genau der Unterschied, den Aufmerksamkeit macht. Nicht in Ihrem Fall gerade jetzt. Sondern es wäre so, dass dieser Reiz mit Aufmerksamkeit etwa diese Stärke erreicht. Und das wäre die Stärke ohne Aufmerksamkeit. Aber da können wir gerne auch nachher noch in der Fragerunde darauf eingehen. Worauf ich jetzt hinaus will, ist nochmal zurückzukehren zu diesem Foto von vorhin. Ich hatte Ihnen ja gesagt, stationäre Teile werden schlecht repräsentiert, weil sie nicht die richtigen Eigenschaften haben. Jetzt wissen wir, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich konzentrieren, dann wird dort der Reiz nochmal verstärkt verarbeitet. Und außerhalb dieses Scheinwerferkegels der Aufmerksamkeit, da bleibt dann weniger übrig von den Reizen. Und das erklärt vielleicht die eine oder andere Situation im Straßenverkehr, wo wir, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit falsch ausrichten, auch sehr offensichtliche Dinge dann nicht mehr akkurat und richtig und schnell genug verarbeiten können. Diese rezeptiven Felder, die dahinter liegen, die können wir vermessen. Das will ich Ihnen nur kurz als ein Beispiel eines wissenschaftlichen Versuchs erläutern. Sie können also eine Art Karte erstellen. Sie können, das ist ein Fixationspunkt, da würde das Tier in dem Fall drauf schauen. Und während das Tier schaut, können Sie verschiedene Bildpunkte aktivieren, so wie hier in diesem Muster zu sehen ist. Und Sie können eine Karte bilden eines rezeptiven Feldes. Gelb hieße, da reagiert die Zelle besonders stark, rot ein bisschen weniger und schwarz dann gar nicht mehr. Das sind diese rezeptiven Felder, von denen ich eben geredet habe. Wenn wir diese rezeptiven Felder jetzt unter Aufmerksamkeitsbedingungen messen, dann stellt sich raus, dass das Gehirn diese rezeptiven Felder anpassen kann. Wir können also unsere Ressourcen quasi dahin verschieben, wo wir sie gerade brauchen. Also nehmen wir an, ich schaue in Ihre Richtung, aber meine Aufmerksamkeit ist jetzt bei Herrn Madea da drüben, ohne dass ich da hingucke. Dann verschieben sich rezeptive Felder in diese Richtung, um hier besonders viel Information zu sammeln, ohne dass sich irgendwas an der physikalischen Qualität der Reize geändert hat, würde ich diese Information jetzt besser verarbeiten, als wenn ich meine Aufmerksamkeit in meine Blickrichtung richte. Die Details überspringe ich jetzt hier, die sind dann nicht von entscheidender Bedeutung. Aber was das heißt, ist, dass Aufmerksamkeit unsere Wahrnehmung verändert. Und das ist immer schwierig darzustellen. Ich habe es mal versucht hiermit. Für die Tiere sind zwei Dinge wichtig. Obst ist wichtig und soziale Interaktion. Sie wollen einerseits wissen, wo guckt er hin und was ist das für ein Leckerli, der er in der Hand hält. Sie dürfen dem Tier aber nicht zu sehr in die Augen gucken, das mögen die nicht, genauso wenig wie wir das mögen, wenn uns ein Fremder ins Gesicht starrt. Wenn wir also hierhin blicken würden, aber unsere Aufmerksamkeit da haben, dann hebt das diesen Reiz in der Verarbeitung hervor und es macht ihn sogar in der Wahrnehmung noch größer. Also beachtete Dinge erscheinen stärker und größer, als sie eigentlich sind. Und das ist genau das, was ich hier nochmal zeigen kann. Also diese beiden Personen würden ihnen dominanter erscheinen, als sie eigentlich sind, dadurch, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf diesen Bereich gelenkt haben. Und ich habe Ihnen versucht, die Physiologie, die dahinter steht, nahe zu bringen. Wenn wir also zu dieser Skizze vom Anfang zurückkehren, dann hatte ich über die Rolle von Sensoren gesprochen, um interne Repräsentationen zu erzeugen und wir haben noch über ein paar andere Dinge gesprochen. Letztendlich werden viele der Nachrichten aus der Umwelt gar nicht empfangen, weil wir keine Sensoren haben. Also ultraviolettes Licht zum Beispiel, Ultraschall können wir nicht verarbeiten, weil wir keine Sensoren haben. von der Information, die dann in das System einläuft, müssen die Signale komprimiert werden, sonst könnten wir mit der Fülle von Informationen gar nicht umgehen. Und ganz entscheidend ist, dass nur ein kleiner Bruchteil dieser Signale tatsächlich verarbeitet wird. Verarbeitet in dem Sinne, dass uns diese Information bewusst wird. Und das ist der Punkt, wo Aufmerksamkeit in dem System eine zentrale Rolle spielt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn dieses System, dieses Auswahlsystem nicht funktioniert, dann werden Sie überflutet mit viel zu viel irrelevanter Information. Und das, was eigentlich wichtig ist in der jeweiligen Situation, würde in dieser Flut untergehen. Anders formuliert, ich habe Ihnen versucht zu zeigen, dass unsere visuelle Wahrnehmung auf einem hochentwickelten Informationsaufnahme- und Verarbeitungssystem beruht, dass wir dafür einen Großteil unserer Großhirnrinde brauchen, weil Sehen ist tatsächlich ein sehr schwieriges Phänomen. Sie ermüden hoffentlich nicht vom Sehen, vielleicht von der einen oder anderen Information, aber wir empfinden Sehen nicht als schwierig. Das ist nicht, dass es nicht schwierig ist, sondern unser Gehirn nimmt diese Arbeit auf sich, ohne uns da einen Einblick in die Leistungsfähigkeit direkt zu geben. Und das geschieht durch ein Netzwerk von Gehirnarealen, die sich die Arbeit teilen mit jeweils spezialisierten Zellen für die verschiedenen Dimensionen, also Bewegung zum Beispiel, Farbe, Form, räumliche Struktur unserer Umwelt. Und in diesem System, vom Sehen zur Wahrnehmung, habe ich schon gesagt, spielt die Aufmerksamkeit eine große Rolle, denn wir müssen das, wir müssen hier ein Filter- und Bewertungssystem anwenden, sonst werden wir überflutet und dieses Aufmerksamkeitssystem aktiviert und deaktiviert tatsächlich einzelne Nervenzellen. Das heißt, wir können mit der entsprechenden Messmethode zeigen, dass Zellen rauf- und runterreguliert werden können, je nachdem, ob sie zu der aktuellen Aufgabe beitragen. Das heißt, wir erleben dadurch eine Veränderung der Wahrnehmung hin zu einer Überbetonung dessen, was uns gerade wichtig ist. Und das heißt, im Umkehrschluss, dass wenn dieses System geschädigt wird durch verschiedene Erkrankungen, durch anatomische Veränderungen, dann wird es ganz schwierig, nicht abgelenkt und nicht disorientiert zu sein, angesichts der Fülle der Informationen, die da in unser System einströmen. Wenn ich das Ganze noch mit einem kleinen Ausblick versehen darf, dann ist die Erforschung von so etwas wie Aufmerksamkeit, also einer komplexen kognitiven Leistung, etwas, wo wir immer noch in der Anfangsphase stehen. Ich habe Ihnen hier nur ein paar Highlights davon zeigen können. Und wir müssen verschiedenste Forschungsmethoden einschließlich des Beispiels aus der Tierversuchsforschung, das ich Ihnen gezeigt habe, kombinieren. Dazu gehören natürlich auch bildgebende Verfahren, Computermodelle und so weiter, um da ein umfassendes Verständnis zu erarbeiten. Wenn uns das aber gelingt, dann hat das eine große Bedeutung für unser Verständnis von uns selbst und unserer Umwelt. Wir verstehen also Biologie und Medizin, aber auch Psychologie bis hin zur Philosophie besser. Denn eine wichtige Frage der Philosophie ist ja auch die Erkenntnisfähigkeit des Menschen. und die wird von diesem System ganz entscheidend beeinflusst. Wir haben, wie ich hier oben schon angedeutet habe, noch große Wissenslücken, selbst in der Grundlagenforschung. Und wir sind zum Teil noch weit weg davon, das übersetzen zu können, hin zu einer Therapie für entsprechende Aufmerksamkeitsstörungen. Aber die Richtung ist vorgegeben und insofern bin ich da ganz optimistisch. Ich will schließen, noch mal mit Margrit. Sie erinnern sich? Repräsentation, Abbildung. Margrit mit seiner Staffel vor dem Fenster. Abbildung der Umwelt. Ich habe Ihnen gezeigt, das ist vielleicht ein doch etwas simplifiziertes Bild von dem, was bei uns passiert. Und ich will Sie nicht zurücklassen mit dem Eindruck, die Neurowissenschaftler haben das verstanden und die Künstler nicht. Die Künstler haben das längst vor den Neurowissenschaftlern gewusst. Und selbst Margrit hat das gewusst. Und deswegen finde ich dieses Bild sehr schön. Der Zeichner, der hier das Ei zeichnet und das sicherlich nicht als ein Abbildungsprozess im engeren Sinne zu betrachten ist. Hier ist das Objekt und hier ist die Zeichnung. Da sehen Sie, dass es sich um eine hohe kognitive Leistung handelt, von der auch Künstler schon sehr viel verstanden haben. Jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020